Guten Morgen aus dem Sendestudio von RSA, da ist Susi, stell sie mal scharf. So, hallo, scharf der Hinzu. Susi, was machen wir eigentlich immer während Musik läuft im Programm? Wir lesen alles, was sie schon immer über Sex wissen wollten. Zum Beispiel? Wir essen. Wo ist denn dein Essen? Das ist alle. Echt? Hast du schon aufgegessen? Ja, war nur ein Schnittchen heute und wir trinken Kaffee, was wir nicht dürfen im Studio. Und natürlich, klar, Facebook spielt immer eine Rolle bei uns und wir wollten euch mal das zeigen. Ihr seht uns ja immer, wenn ihr uns anklickt, seht ihr immer dieses Bild aus dem Sendestudio. Das liegt daran, weil die Webcam natürlich genau da ist. Wir wollten sie mal zeigen. Das ist unsere Webcam, die wir haben. Und wir können euch auch sehen. Wir können euch jetzt auch sehen. Wir müssen nur mal richtig rangehen. Guck mal, wie die da sitzen. Im Bademann, ey, zieh dir was an! Meier ist mit einem iPad auf dem Kno, geht ja gar nicht! Ja, ja, ja.